Generation, nach der kurzen Pause mit dem Flash Mit Centus, dem Meteotiii Um, mittlerweile, kurz vor zwei Ja Weil jetzt schon wieder Centus irgendwie Langeweile hat Mich? Du Ich kann so lange machen, wie ich will Ich muss ja momentan nur auf Suche Auf Suche nach Meteoren Ja und ich erhöhe meine Mana-Produktion gerade ganz schön Ah, ich muss aber sowieso gleich zurück Was ist jetzt mit den Portalen? Beide Portale sind weg Jedes Mal, wenn der Server ausgeht Boah Ja, das ist natürlich mies Die Empfehlung ist zu weit weg Oh Dann nehme ich mal einen größeren Umweg und fahre mal so eine andere Strecke ab Ich würde sagen, setze ich da auch nochmal einen hin Ja, das ist gute Entfernung Dann haben wir wenigstens Ne, finde ich später nochmal einen oder beim nächsten Mal Ob es dann das andere noch fehlt Sowieso nicht, was ich mit dem einen Dann betreibe ich da auch nochmal mit So, dann tue ich den mal Da hin Oh ne, das brauche ich für den ME-Port Der geht dann Ach ne, ich brauche das Ding Da rein, das funktioniert ja Ich muss das Ding finden Dann, das da rein 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 Ja Ich kann auch ganz gemütlich in die Tüte reingreifen Ja Mach mal du Spinner Hm? 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 Spinner Hm? Waaa 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 So Ich will nochmal was noch rein füllen So 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 dann würde der von hier noch kriegen 246 246 ein bisschen insel oder ich hab keine zeit für dich ja ich weiß ich mal ganz stark behaupten dass er so heißt ich brauche wie viele pflanzen pflanzen 246 8 8 hydrogene noch blaue acht mit mana rechts der normale ziehen und acht pinke blüten pinke hier habe ich hier noch blaue habe ich nicht nicht da ist ein dispenser drinnen also eine witchfaust ok 246 8 10 12 14 16 6 hinter mir man zieren noch mal hier das da hinten bt meteor sein ich sehe glaube ich war ein kopfhörer ja ich habe noch ein meteor gefunden als müsste es eigentlich schlafen gehen wenn das wenn du das könntest kannst du das wenn ich finanzieren pflanzen schlafen ich hab dir schon zugehört du spänner ok super ich schlafen doch das sonst komme ich da nicht so schnell ran nennens mal gehe ich nicht schlafen wenn du mich so näherst doch musst du deine oma muss das ich hab man das ziel in geld und brauchst du doch kann ich mir auch herstellen das ist eine lüge ne du bist hier die lüge da ist ungefähr die mitte ist da hinten noch einer eingeschlagen das wäre natürlich bombe ich will mir acht von den blumen herstellen und ich habe nur sechs von den komischen teilen wo man hier drin herstellt natürlich nice ein bisschen fail aber ich will noch so ein chip die mag ich voll ich kann jetzt bloß die marke nicht sagen ich kein product placement mache hier ja und man würde dich doch eh nicht interessieren chio 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 chips alter spinner aber ist gut ach wen stört es denn ganz ehrlich ich sag doch nur was mir schmeckt ja du kannst auch sagen red bull ist schmeckt kacke man soll sich mal nicht anstellen hier dümdüm seit so hoffen dass ich noch zu den richtigen bekomme jetzt gleich so eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf fünf das ist doch sicher neuer drei fünf 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 8 Stück bei euch Ach, ich hab ja ein Sextiz drin Passt doch Noice, so Äh, warte mal, es gibt jetzt Achso, ja, die pinken ja auch noch einschmeißen Stimmt ja War ja was Warte mal, die heißen, wie heißen die denn? Pink Inscriber, inscri Zack, zack Squiber, wie viele gibt es denn davon? Eins, zwei, drei, vier Vier wichtige gibt es Eins, zwei, drei, vier Ja, ich hab alle vier gefunden Noice one Dann nochmal zwei Stück mit Wasser führen Einmal den da Einmal verschwindet natürlich Wenn man den voll macht, ist klar Ach, ich dachte, das wäre auch ein Krater Äh, ne, das ist ein Chunkfehler dahinten Das ist so ne kleine Art Oase Okay Dann kann ich jetzt zurücklaufen Juhu Jetzt hab ich acht Hydrogene gemacht Die sind mir die voll billig Stimmt 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 Dahin noch eine Da Da Nein, kein Treibsand Kein Treibsand Dann wollen wir mal Alle ordentlich ausrichten Du einmal Daran Okay Wir aktivieren die Dinger, dass man das auch sehen kann Dahin 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 Nach hab ich gemacht Oh, hier ist ein Lavabecken Da sollte ich nicht reinfallen Das ist nur ein Enderman Warte mal Ja, die hat er doch ausgerichtet Na ja Nein, ich will nicht da eingesperrt sein Die noch ausrichten Boah, ich hasse Treibsand Die noch ausrichten Die hatte ich ja Ja Die ist ausgerichtet Ja, das sieht man ja sogar Das ist das Geile Und Tempel Tempeli und Tempelu Gucken, ob wir Diamanten finden Tempeli und Tempelfu Und vielleicht noch TNT Ach ja, das ging ja noch ein runter Einmal Dagegen Okay, das Ding fühlt sich schon mal Das team yt